Wie ist Ihr Name? Sie wollen's wissen? Ja. Mein Name ist, ich glaub, ich steh im Wald. Und wie heißen Sie? Du lügst doch! Ich bin ein Lügner? Ja. Schalten Sie das Licht aus. Warum? Sie wollen's wissen? Was ist denn hier los? Sie wollen's wissen? Ja. Ist nichts. Fahren wir fort. Sagen Sie mir Ihren Namen oder nicht. Larry. Sind Sie sicher? Ja. Du bist ein lausiger Lügner. Das können Sie von da drüben aus sehen? Na und ob. Ich werd verrückt. Was hast du sonst noch verschwinden? Du Scheiße. Sie wollen's wissen? Ja. Deine Nieren sind bei Ebay versteigert. Das macht nichts. Hast du mir zugehört? Nein. Deine Nieren sind bei Ebay versteigert. Oh Gott, warum? Ist doch egal, das funktioniert. Wo haben Sie die her? Die hab ich gefunden. Da drin. Zusammen mit den Selten. Wie bin ich nur da drin geraten? Wer war das? Das weißt du doch. Wer war das? Sie wollen's wissen? Ja. Das, äh... Scheiße. Ich weiß nicht. Du behauptest, du weißt gar nicht. Nein. Du steckst mit dahinter. Klar doch. Aber das darfst du nicht. Das war nicht das erste Mal, dass ich das gemacht hab, Larry. Du verdammter Scheißkerl! Mein Gott. Was tust du ihnen an, du verdammte Drechsau? Was ist schon dabei? Wie kannst du sowas bloß tun? Sie wollen's wissen? Ja! Ich muss Geld verdienen. Du hast dich dafür bezahlen lassen, in meine Privatsphäre einzudringen. Ähm... Ja. Weißt du was, ey? Nein. Du behauptest, du weißt gar nicht. Nein! Du verfluchter Schweinehund! Ich werde dir das Herz rausreißen! Ich bin Suski. Mir macht das richtig Spaß. Wow, 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 wow. Dr. Garden. Du Scheiße! Ich dachte schon, noch wer ist tot! Na klar. Hast du gesehen, was mit mir passiert ist? Nein. Gute Nacht. Sieh es endlich ein, Larry. Wir sind beide verloben. Oh Gott. Ich stütze sie hiermit auf. Warum? Was soll ich bitte machen? Ich bin angekettet. Oh Gott. Oh Gott. Untertitelung des ZDF, 2020